ich grüße euch leute und herzlich willkommen zur nächsten ausgabe unseres let's plays von resident evil 2 leute wir haben in der letzten ausgabe die probe des g-virus bekommen und ja natürlich selbsterstörungssequenz eingeleitet wurden wie sollte es auch anders sein und wir sollen zurück zu eda so hier ist schießpulver groß sehr schön nehmen wir mal mit habe ich noch einmal gelb wir horten hier flitten munition das einfach der wahnsinn so leute nach abschluss der abriegelung gut wir hauen jetzt hier ab und ich habe so das gefühl dass wir hier gleich besuch kriegen das soll dieser eine proband muss ich den jetzt tot machen ja ihr kennt euch ist mir klar kann ich deine kniffte haben sie nannten das ding william wieso weil sie sich kennen der mann ne war das sie arbeiten für die hatten sie etwa nichts damit zu tun doch aber wir wollten nie dass das passiert dann erzählen sie es mir von anfang an so einfach kommt ihr nicht davon wir schufen das die virus aber wir wollten doch liver sie können es drehen wie sie wollen Das ist doch eine Schuhe. Wow. Das ist zur Hölle. Ach, scheiße. Leon rennt. Scheiße, ich dachte ich kann da drauf ballern. Ich bin tot. Scheiße. Ich bin tot. Ey, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Der muss doch bestimmt bei diese Dinger dort hin und da müssen wir drauf schießen. Ah, Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das geht jetzt ein bisschen schnell. Ich glaube, wir sollten jetzt mal diese Kräuter nehmen, die unsere Konstitution etwas steigern. Okay, wir müssen uns das Video ja jetzt nicht nochmal angucken. Können wir das überspringen? Ja. Klasse A aus... So, okay. Ich nehme das jetzt hier mal. So, was soll ich hier tun? Der geht doch bestimmt irgendwie anders tot, oder? Ey, gib mir das hier nicht umsonst. Ey, Alter! Ey, 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 ey! Ey, 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 ey! nicht klar, ne? Ist wirklich einfach alles drauf, was wir haben? Ist es wirklich die Lösung? Ich weiß es nicht. Wir hatten das schon so oft gehabt, dass man irgendwo einen Schalter drücken musste und dass dann irgendwas aktiviert wurde. Oder müssen wir irgendwas in der Umgebung zerstören? Leute, ich weiß es nicht. Mich nervt das nur, dass wir jetzt immer wieder wegen dieser Zwischensequenz hier Ich nehme jetzt aber gleich mal Ich werde schon wieder ins Abkriegen, ne? Ich hau hier mal ab Hier lag doch irgendwo Schisse Fuck Was will ich denn mit Pistol Munition? Scheiße Scheiße, scheiße Scheiße Oh, wie ein Mehl, ey. Wie er rennt! Äh, jetzt schon Kraut nehmen? Liegt hier irgendwo was? Liegt hier irgendwo was? Liegt hier irgendwo was? Oh Gott. Wo ist denn hier der, 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 das Benzin gewesen? Oh Gott. Ja, danke Christian. Die Granate, die Granate. Wo ist die Granate? Fuck. War doch irgendwo die Granate. Und das Benzin. Warte mal. Nein! Wollen wir mal ein bisschen Feuer unter dem Arsch hier. Boah, ich dachte, das reicht vom Platz her. Sind wir schon in Gefahr? Jetzt rennt er gleich wieder, ne? Okay. Okay. Okay, wir müssen weg. Soll er ruhig werfen. Soll er ruhig werfen. Wegrennen. So, jetzt müssen wir aber, äh, das erste Hilfe-Spray nehmen. Das reicht zu mir. Ach, Christian, wo rennst du denn hin? Ich hab's gepackt. Also, ich weiß es nicht. Boah, haben wir hier irgendwo noch was liegen lassen? Ne, wir haben tatsächlich alles. Also, auf jeden Fall. Hier fahren wir on the moon. Alter. Scheiße. Sieht übel aus. Ist schlimmer. Glaub mir. Was Sie vorhin sagten, weiß nicht, was ich glaube. Sag mir nur, du zerstörst die G-Probe. Das ist ein Beweis. Der geht ans FBI. Du vertraust dem Miststück? Was soll das bedeuten? Von wegen, FBI. Sie ist ne Söldnerin. Sie wird's verkaufen. Das G-Virus geht an den höchsten Bieter. Das ist Bullshit. Hoffen, du hast recht. Aber wenn das Virus in die falschen Hände kommt. Mann, ey. Ganz schön was geboten jetzt hier. Dilemma. G-Virus erkannt. Abregelung der Anlage angeleitet. Selbstzerstörung-Sequenz. Selbstzerstörung-Sequenz. Hier waren wir ja schon dran. Hier war der Kassetten-Recorder. Also ich will erst mal ganz kurz gucken wegen Kraut. Weil wir hatten, ja. Rotes habe ich nicht rein zufällig. Doch ich habe Rotes. Aber sollst du irgendwas, was ich brauche? Mal hier ist. Verstauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir wegen dem Code das noch vergessen haben. Hätten wir bestimmt schon eine Magnum oder so. Ich weiß es nicht, Leute. Das ist jetzt so nur Raten. Ich nehme mal das Kampfmesser mit. Obwohl das kombiniere ich ja eh. Gut. So werden wir erst mal tun. Und dann gehen wir mal zu Ada, ne? Der Söldnerin. Da ist sie! Ich war schon in Sorge. Wir sind ein gutes Team. Aber ich muss dich was fragen. Der Weg ist frei. Bitte. Sag mir, du hast es. Ah, ich hab's. Lass mich die G-Probe prüfen und dann nichts wie raus hier. Aber vorher... Ich stieß auf Annette. Sie sagt, du bist nicht vom FBI. Oh, Leon. Wieso konntest du sie mir nicht einfach geben? Weil ich erkannt habe, so sehr ich dir vertrauen will, ich tue es nicht. Ich hab wirklich gehofft, dass es nicht so endet. Mehr war das also nicht? Ich war nur Mittel zum Zweck. Ich mach doch nur meinen Job. Und ich mach meinen, also weg mit der Knarre! Du bist verhaftet! Gib mir die Probe, Leon. Ich würde dir nicht wehtun. Dann erschieß mich. Wenn du glaubst, du kannst es. Du kannst es. Jetzt kriegt niemand die Probe. festhalten. Ich glaub, ich kann. Scheiße! Vergiss es. Sei still. Ich hab dich. Das ist es nicht wert. Ich tu das nicht. Pass gut auf dich auf, Leon. Cuss. Quatsch. Quatsch. Gott. Aus dem Labor entkommen. Und das ohne auf Zeit. Dankeschön. Ich hoffe, ich gehe jetzt hier richtig. Ist es gut, runterzufahren? Zum Bahnsteig in Erdgeschoss, hat die Stimme gerade irgendwas gesagt. schon heftig mit Ada. Ich hab das alles nicht mehr in Erinnerung, Leute. Es ist so ewig her, dass ich den Teil gespielt habe auf der PS1 und ich kann auch echt nicht sagen, ob da vieles so ist wie jetzt sie hier. Was ist denn jetzt schon wieder? Wer ist da? Das ist Claire, oder? Claire! Leon? Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör mir zu. Du musst hier raus. Schnell. Ja. Gib's den Weg raus. Wir schaffen das. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Das ist immer noch rot hier, ne? Aber es wird scheißegal. Kann man hier speichern zur Not? Leute, ohne Scheiß, das machen wir jetzt einfach mal ganz kurz. Man will jetzt nie, was passieren. Wir spielen ja hier nicht auf Veteranen oder so. Sondern wollen ja einfach die Story genießen. Jetzt muss ich ja hier erstmal gucken, ne? Ich weiß ja nicht mal, wo ich hier lang klatsche gerade. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Hier ging's nur zum Puppenraum, oder? Na, das, äh, nehm ich mal ganz kurz mit. Alter, wo geht's lang? Leute, was ist eigentlich unser Ziel? Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Soll das ein verdammter Witz sein? Hier ist gerade richtig Stress, Leute. Na toll. Ah, der Typ wird alles sein, aber nicht down. Ja? Vielleicht sollte ich mein Enes Kraut nehmen, dann kann er wenigstens wieder ein bisschen schneller latschen. wo sind wir? Hab ich hier etwa Verbindungsstecker? Boxkiste, was ist hier los? Der muss doch bestimmt hier rein, oder? Hm. Jetzt kommt der Dicke. Oder? Nee. Alter, Verwalter. Da ist er. Na toll. Ich wollte gerade ausweichen. Ich habe auch keine Granate mehr oder so, ne? Na toll. Aber ich wollte doch gerade ausweichen. Scheiße, wir hätten aus der Box mal ein bisschen Heilung mitnehmen müssen. Leute, das war es hier. Die Frage ist, ob ich überhaupt meine ganze Munition hätte für ihn verwenden müssen. Hallo? Das war eh da. Aber vorher kriegt man halt nur eh, ne? Das ist ganz wichtig. Hätten wir uns unsere ganze Munition eigentlich wieder sparen können, ne? Es ging ja nur um diesen Raketenwerfer. Mann! Sie haben die unterste Ebene erreicht. Alter, war war alter. Aber den Raketenwerfer kann ich mich halt wieder erinnern. Na, dankeschön. Oh, hier ist der Bahnsteig. Das ist, da ist der Bahnsteig. Warum? Das ist draußen. Es ist draußen. Es ist draußen. Wir sind entkommen, glaube ich. Doch wo ist Claire? Wo die Liebe hinfällt, ne? Aber wir haben halt so vieles liegen lassen, ne? Muss man ganz klar so sagen. Häh! Hm. Und das war's, Leute. Das war Wazed and Evil 2, zumindest die Kampagne mit Leon. Ja, wir haben natürlich mit dem T-Griff, das haben wir nicht gemacht gehabt. Wir haben diesen Code bei diesem Gewächshaus, den letztendlich entschlüsselt, weil ich denke mal, wir hätten irgendwie dadurch wahrscheinlich die Magnum gekriegt. Ähm. Aber Leute, scheiß drauf. Es ging ja natürlich auch darum, die Story hier zu erleben, von diesem wirklich genialen Remake. Jetzt ist natürlich die Frage, hier wegen... Wir haben Claire gefunden, die hat ein kleines Mädel dabei. Da weiß ich noch so ungefähr, wie das war. Ähm. Aus den alten Teilen. Ähm. Ja. War ein schönes Let's Play. Natürlich kein, sondern nicht langes. Das ist bekannt. Wazed and Evil geht nun mal nicht so lange. Ähm. Man kann jetzt natürlich die Kampagne mit der guten Claire Redfield noch spielen. Was ich übrigens gemeinsam, das muss ich leider meiner Frau versprechen, da ich das mit ihr zusammenspiele. Da werden wir die Kampagne nämlich mit ihr dann halt zocken. Freut mich auch schon sehr drauf. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, bei diesem Let's Play hier mit am Start zu sein. Und ja. Und wir gucken mal. Hier gibt's noch einen coolen Cliffhanger. Der Nemesis. Würde ich jetzt mal so tippen. Ja. Resident Evil 3. Ja. Ja. 32 Mal gespeichert. Na, das ist klar. Ist klar. Sechseinhalb Stunden. Das halt, obwohl es ein Let's Play ist, ist eigentlich ziemlich gut. Ist die Frage, ist jetzt hier mit Neues Spiel Plus oder so? Ich, ich, ich weiß es nicht. Würde ich mal gerade ganz kurz gucken. Alternatives Outfit. Nochmal anpassbar. Wir haben eine Figur, 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 Figur. Sie haben Neues Spiel zweiter Durchgang freigeschaltet. Wählen Sie in dem Hauptmenü unter Kampagne aus. Das Ende bestimmt. Was das Ende und bestimmte Abschnitte des Spiels unterscheiden sich vom ersten Durchgang. Neues Spiel zweiter Durchgang. Gucke an. Gucke an. Aber Leute, wie gesagt, das wird nicht Teil dieses Let's Plays hier mehr werden. Ich wollte mit euch halt einen Spieldurchlauf machen. Wir haben uns entschieden, das mit Leon zu machen. Und den Rest werde ich für mich alleine machen. Aber ich werde euch auf irgendeiner Stelle auf diesem Kanal bestimmt dann immer erzählen, was da gerade so Phase ist. Bis dahin, Leute. Vielen Dank, dass ihr mit am Start wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns in einem anderen Let's Play oder in einem anderen Video hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, Leute. Ciao.